Hallo, mein Name ist Wolfgang Wagner und ich möchte Ihnen in diesen und den folgenden Videos die TYPO3 Extension Powermail vorstellen. Mit Powermail kann man recht einfach Formulare erstellen, das können ganz einfache Kontaktformulare sein, aber auch umfangreiche mehrseitige Umfrageformulare zum Beispiel. Weitere Informationen über Powermail finden Sie auf TYPO3.org. Klicken Sie hier auf Extensions, geben dann hier in der Suchmaske Powermail ein und wenn Sie hier auf das erste Ergebnis gleich klicken, sollte auch hier als erstes Powermail zu finden sein. Wenn Sie hier auf Read Online klicken und dann nochmal auf Read Online, landen Sie in der Dokumentation zu Powermail und hier können Sie sich weitere Informationen über Powermail holen. In diesem ersten Video möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie Sie TYPO3 in Ihre Website installieren und grundlegend konfigurieren. Wir arbeiten hier mit Version 6.0 von TYPO3. Wenn Sie mit einer älteren Version, zum Beispiel der Version 4.7 arbeiten, finden Sie entsprechende Videos unter einer anderen URL. Diese finden Sie auf der Startseite dieser Workshop-Seite. Fangen wir jetzt einfach mal damit an, Powermail zu installieren. Dazu gehen wir hier in den Extension Manager, in den Bereich Get Extensions und vergewissern uns, dass das letzte Update der Extension Liste nicht allzu lange her ist. Ich habe jetzt hier eine aktuelle Liste, die wurde heute aktualisiert. Kleiner Tipp, wenn Ihr Extension Manager keine Extension Liste anzeigt und Sie auch schon mehrmals hier unten auf diesen Pfeil geklickt haben, klicken Sie einfach mal hier auf das Wort oder auf den Begriff Last Update. Dahinter verbirgt sich ein Link und wenn man hier klickt, wird die Extension Liste aus dem Repository neu geladen. Ist zugegebenerweise nicht besonders ersichtlich. Ich hoffe, dass das in einer späteren TYPO3-Version noch ein wenig offensichtlicher gemacht wird. Wenn Ihre Liste dann auf dem aktuellen Stand ist, geben Sie hier in das Suchfeld einfach den Begriff Powermail ein und klicken auf Submit und dann sollte Powermail auch hier oben erscheinen. Sie sehen jetzt hier noch viele weitere Extensions, in denen der Begriff Powermail vorkommt. Das sind Erweiterungen zu Powermail, die den Funktionsumfang von Powermail erweitern. Allerdings sind viele davon mit der aktuellen Version 2 von Powermail nicht mehr kompatibel. Powermail wurde vor einigen Monaten komplett neu geschrieben. Davor war die Version 1.6 aktuell. Ab Version 2 hat sich einiges geändert und auch viele der alten Erweiterungsextensions funktionieren nicht mehr. Es gibt allerdings auch welche, die schon angepasst worden sind, zum Beispiel Powermail Conditions ist auch Version 2. Die arbeitet mit Powermail 2 auch zusammen. Manche dieser alten Extensions benötigt man aber auch gar nicht mehr, da die Funktionen inzwischen in Powermail integriert sind. Installieren wir jetzt einfach Powermail durch Klick auf dieses Symbol Import & Install. Wenn man da draufklickt, scheint eine Weile lang nichts zu passieren. Der Extension Manager arbeitet aber im Hintergrund und wir sehen jetzt an dieser Meldung, dass Powermail runtergeladen und installiert wurde. Gehen wir jetzt nochmal in den Bereich Manage Extensions und schauen nach, ob man vielleicht noch bei Powermail irgendwelche Grundeinstellungen im Extension Manager vornehmen kann. Manche Extensions bringen schon Grundeinstellungen mit, die hier konfiguriert werden müssen. Das sieht man dann, wenn hier dieses Zahnrad-Symbol zu sehen ist. Suchen wir einfach hier nach Powermail und wir sehen, dass auch hier tatsächlich noch Einstellungen vorgenommen werden können. Klicken wir hier auf Configure und hier haben wir einige Grundeinstellungen. Ich gehe jetzt nicht auf alle ein, nur auf die wichtigste. Disable IP Logging. Normalerweise ist es so, dass Powermail die IP-Adresse eines Benutzers, der ein Formular ausfüllt, protokolliert und in der Datenbank abspeichert. Wenn Sie das aus zum Beispiel datenschutzrechtlichen Gründen nicht möchten oder nicht dürfen, können Sie hier diese Funktion deaktivieren. Genauso kann man das gesamte Backend-Modul von Powermail deaktivieren. Wenn Sie nur ein einfaches Kontaktformular möchten und die eingegebenen Daten gar nicht in der Datenbank speichern und auswerten wollen, brauchen Sie im Prinzip auch kein Backend-Modul. Das können Sie dann hier ausschalten, wenn Sie das möchten. Die anderen Parameter lasse ich jetzt mal außen vor. Ich klicke hier jetzt trotzdem einmal auf Submit, damit ich sicher bin, dass diese Einstellungen auch wirklich in der Datenbank übernommen worden sind. Im nächsten Schritt müssen wir noch einige statische Templates von Powermail in unser Root-Template einbinden. Dazu gehe ich hier ins Template-Modul und gehe auf meine Root-Seite. In diesem Video hier habe ich jetzt verschiedene Root-Seiten, da ich innerhalb dieser TYPO3 Instanz mehrere Domains verwalte. Im Normalfall, wenn Sie eine einfache Seite haben, haben Sie nur eine einzelne Root-Seite. Klicken Sie die einfach an, schalten gegebenenfalls hier oben auf Info und Bearbeiten um und klicken dann hier auf vollständigen Template-Datensatz bearbeiten. Im Reiter Enthält können wir jetzt hier statische Templates von Extensions einbinden. Im Bereich verfügbare Objekte weiter unten sehen wir jetzt hier einige Templates von Powermail. Unbedingt nötig ist immer das Main-Template. Das muss auf jeden Fall eingebunden werden, ansonsten funktioniert Powermail nicht. Dann bringt Powermail noch eine Frontend-Ausgabe mit. Ich kann also Daten, die eingegeben werden, über die Formulare im Frontend auch anzeigen und auswerten. Wenn ich diese Funktion möchte, muss ich auch dieses Template einbinden. Das werden wir jedoch in einem späteren Video machen und ich lasse das jetzt im Moment außen vor. Powermail bringt des Weiteren zwei CSS-Dateien mit, die Basic CSS und die Fancy CSS. In der Basic CSS sind grundlegende Formatierungen für die Powermail-Ausgabe hinterlegt, Farben, Schriftarten und so weiter. Die werden wir jetzt einfach mal aus Demo-Zwecken einbinden. Die Fancy CSS ist ein wenig erweitert und arbeitet mit Farbverläufen, Schlagschatten und so weiter. Ist allerdings Geschmackssache, ob man die verwenden möchte oder nicht. Man kann natürlich auch eigene CSS-Definitionen verwenden. Wie man das am einfachsten macht, zeige ich Ihnen auch in einem späteren Video. Dann gibt es noch einen Bereich Marketing Information. Powermail kann auch zum Beispiel analysieren, mit welchen Suchbegriffen und von welcher Suchmaschine ein Besucher auf dem Formular gelandet ist oder über welche internen Seiten er das Formular gefunden hat. Wenn Sie diese Information auswerten möchten, müssten Sie auch dieses statische Template einbinden, aber das lasse ich im Moment jetzt auch mal weg und wir gehen da in einem anderen Video drauf ein. Für den Moment soll also ausreichen das Main-Template und die Basic CSS-Datei. Wir speichern und schließen das Dokument und wechseln jetzt in den Konstanten-Editor und finden jetzt hier drei neue Bereiche, Formal Main, Additional und Spam. Fangen wir im Bereich Main an. Ich gehe jetzt nicht auf alle Optionen im Konstanten-Editor ein, sondern nur auf die wichtigsten. Wenn Sie mehr Informationen über die restlichen Parameter brauchen, müssten Sie die Dokumentation bitte zurate ziehen. Hier bei Receiver-Mail kann ich generell den Mail-Versand aus Powermail heraus ein- oder ausschalten. Es kann ja zum Beispiel sein, dass ich gar kein einfaches Mail-Formular verwende, sondern Powermail für irgendwelche Umfragen oder sonstiges verwende und dann brauche ich vielleicht keine E-Mail-Benachrichtigung, sondern ich möchte, dass die Daten einfach nur in der Datenbank gespeichert werden. Dann kann ich hier generell den E-Mail-Versand einfach ausschalten. Als Receiver ist hier immer der Besitzer der Webseite sozusagen gemeint, derjenige, der die Eingaben im Formular dann erhalten sollte, Administrator, der Webmaster. Das Gleiche geht auch für den User. Die Sender-Mail ist die E-Mail, die ein Benutzer als Bestätigungs-Mail bekommt. Diese Funktion kann ich auch generell hier ein- oder ausschalten. Ich kann das allerdings auch pro Mail-Formular machen. Genauso kann ich hier generell ein- oder ausschalten, ob die eingegebenen Formulardaten in der Datenbank abgespeichert werden sollen oder nicht. Dann hier bei Receiver-Attachments kann ich noch ein- oder ausschalten, ob Dateien an Formulare angehängt werden sollen. Und ich kann hier bei Receiver-Mail-Format und Sender-Mail-Format konfigurieren, welches Format die versendeten E-Mails haben sollen. Standardmäßig ist hier Both aktiviert. Ich kann aber auch zwischen HTML und Plain-Text umschalten. Aber Both ist, glaube ich, eine gute Einstellung. Damit geht man relativ sicher, dass alle E-Mail-Clients die E-Mails auch korrekt darstellen können. Ich habe jetzt hier nichts verändert, deswegen muss ich nicht speichern und kann gleich in den nächsten Bereich gehen, Power-Mail-Additional. Hier müssen wir jetzt einige IDs angeben. Dazu müssen wir aber erst Seiten anlegen. Die Storage-PID legt fest, auf welcher Seite die eingegebenen Daten gespeichert werden, wo die E-Mails abgespeichert werden. Das könnte ich auch via Flexform einstellen, also später im Power-Mail-Plugin, das ich auf einer Seite einbinde. Ich kann es aber auch hier global definieren. Die Form-U-ID ist die ID der Seite, auf der die Formulare gespeichert werden. Power-Mail-2 funktioniert so, dass ich die Formulare auf einer einzelnen Seite ablegen kann und diese Formulare dann beliebig oft einbinden kann. Wer vielleicht Power-Mail-1 noch kennt, der weiß, dass man Formulare normalerweise auf der Seite erzeugt hat, auf der sie dann auch zu sehen sein sollten, zum Beispiel hier auf einer normalen Standardseite, hatte den Nachteil, dass ich dieses Formular in der Form nur einmal einbinden konnte. Wenn ich es öfter gebraucht habe, musste ich mir eine Kopie anlegen und dann die Parameter ändern. Power-Mail-2 funktioniert ja ein wenig anders. Ich lege einmal das Formular an, speichere das zum Beispiel auf einem Sys-Ordner und kann dieses Formular dann beliebig oft auf der Webseite einbinden und muss dann halt gegebenenfalls den Empfänger, die Empfänger-E-Mail-Adresse anpassen. Auf die anderen Parameter gehe ich jetzt in diesem Video mal nicht ein, nur noch ganz unten jQuery und jQuery-UI-Source. Power-Mail verwendet das JavaScript-Framework jQuery zum Beispiel für die Validierung der Eingabefelder. Wenn ich jQuery schon selber eingebunden habe oder über eine andere Extension das schon eingebunden habe, dann kann ich hier die nochmalige Einbindung deaktivieren oder ich kann hier den Pfad ändern. Wenn ich jQuery schon irgendwo unterhalb meines File-Admins-Order liegen habe, kann ich auch hier dann einfach den Pfad angeben, wo jQuery liegt und dann wird es aus dieser Quelle eingebunden. Bevor wir jetzt hier diese IDs anpassen, werden wir jetzt allerdings noch zwei Seiten anlegen. Einmal eine Stouch-Seite und eine Formular-Seite. Das kann ich hier einfach im Seitenbaum machen, indem ich mir hier einen Ordner per Drag-and-Drop runterziehe. Wo der liegt, ist relativ egal. Ich werde ihn jetzt einfach mal hier oben platzieren. Den nenne ich jetzt zum Beispiel mal Power-Mail-Ablage. Hier sollen dann die ganzen E-Mails gespeichert werden. Den muss ich noch aktivieren. Und ich brauche noch einen zweiten Ordner für die Formulare. Auch hier ziehe ich mir per Drag-and-Drop einen Ordner herunter. Und den nenne ich jetzt einfach Formulare. Auch diesen muss ich aktivieren. Gehen wir jetzt noch mal ins Template-Modul auf die Root-Seite und passen jetzt hier die IDs an. Die Stowage-PID ist in dem Fall die 28 von der Ablage und die Form-UID die 29. Das speichere ich ab. Schauen wir uns noch den dritten Bereich an, Power-Mail-Spam. Power-Mail 2 bringt eine integrierte Spam-Überprüfung mit, einen sogenannten Spam-Shield. Den kann ich hier generell ein- oder ausschalten. Power-Mail geht dabei so vor, dass jede Eingabe, die ein User macht und die in der Datenbank gespeichert wird, einen sogenannten Spam-Faktor erhält. Dieser errechnet sich zum Beispiel aus der Länge des Textes, aus der Anzahl der Links im Text und diversen weiteren Faktoren. Diesen Faktor kann ich hier einstellen. Standardmäßig ist der auf 75 Prozent eingestellt. Es kann aber sein, dass ich im Laufe der Zeit sehe, dass manche E-Mails als Spam eingestuft werden, obwohl sie gar kein Spam sind. Dann kann ich diesen Parameter hier editieren und stufenweise ein wenig hochsetzen, auf 80 oder 85 Prozent und muss dann halt schauen, ob die Spam-Erkennung damit besser funktioniert oder auch nicht. Ich lasse das jetzt im Moment auf Standard. Sinnvoll ist es auch, hier eine Spam-Shield-Notifying-Mail zu hinterlegen. Das bedeutet, wenn eine E-Mail als Spam erkannt wird, wird an die E-Mail-Adresse, die hier hinterlegt ist, eine Benachrichtigungs-Mail verschickt. Hier können Sie dann Ihre E-Mail-Adresse oder die des Administrators oder von jemandem, der einfach dafür zuständig ist, hinterlegen. Dann kann man hier diverse Einstellungen für ein Capture vornehmen. Power-Mail bringt ein Rechen-Capture mit, in dem der Besucher eine kleine Rechenaufgabe lösen muss. Wenn man das im Formular einbindet, kann man hier noch zum Beispiel die Textfarbe ändern, die Textgröße und so weiter. Da gehen wir aber eventuell in einem späteren Video noch drauf ein. Hier kann ich jetzt abspeichern und damit wäre Power-Mail eigentlich grundlegend konfiguriert und funktionsbereit. Im nächsten Video zeige ich Ihnen dann, wie Sie ein einfaches Mail-Formular anlegen können.